Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur nunmehr elften Vorlesung zum Weltbild der Physik. Ich wollte diese Miniserie eigentlich in der vorlesungsfreien Zeit zwischen dem Ende des Wintersemesters 2021 und dem Beginn des Sommersemesters 2022 machen, aber wie es so oft ist, es hat sich verzögert und wir sind jetzt schon in der Mitte des Sommersemesters 2022 und ich habe hauptsächlich mit meiner großen Energie- und Klimavorlesung zu tun, die auch auf YouTube zu besichtigen ist und das sind eben ziemlich lange Videos und ziemlich viele, aber jetzt habe ich trotzdem mal Zeit gefunden, um auch die nächste Folge vom Weltbild der Physik zu machen. Ja, es geht also immer um dieses Buch hier, das ist sozusagen der Leitfaden, was vor etwas mehr als einem Jahr erschienen ist, das hat Ernst Peter Fischer mit mir zusammen publiziert und heißt am Sonntag nach der Schöpfung und es ist ein Katechismus der modernen Naturwissenschaften und Katechismus ist ja so eine Zusammenfassung der Glaubenslehre oder der Grundprinzipien und bei der Naturwissenschaft ist es natürlich hoffentlich kein Glaube, sondern Wissen, aber jedenfalls der Grundprinzipien, wie sich die Physik in meinem Fall und beim Ernst Peter Fischer die Biologie, also bei mir jetzt, wie sich die Physik eigentlich unser Universum vorstellt. Also was ist überhaupt ein Universum, was sind die Grundprinzipien, Naturgesetze, Naturkonstanzen, das habe ich alles in den letzten neun Folgen erläutert und natürlich die Grundfrage, wie ist die Welt entstanden und das ist die Urknalltheorie. Und das ist das Kapitel 7 in diesem Buch und darum geht es heute. Also die zehnte Folge, weil ich doch einige Kapitel hier mit zwei Folgen belegt habe, da reichte also die normale Zeit für ein Video nicht aus, zum Beispiel Thema Zeit, was ist Zeit? Da gibt es zwei Folgen davon, deswegen jetzt die zehnte Videovorlesung über das Kapitel 7, den Urknall und die Physik hat eben tatsächlich eine Schöpfungsgeschichte und stößt damit also fast in einen religiösen Bereich vor, wie ist unsere Welt, unser Universum entstanden und die Idee ist, es war ein Urknall. Da habe ich hier dieses Bild, ja, es gab also eine sogenannte Singularität am Beginn der Zeit und da sind Zeit und Raum entstanden, Singularität heißt, dass es mathematisch gesehen ins Unendliche geht, zum Beispiel die Energiedichte geht ins Unendliche, am Zeitpunkt T gleich 0, als unser Universum startete. Und seither expandiert das Universum, wie hier in diesem Bild so veranschaulicht. Also alle Galaxien, die wir sehen, die wir also in alle Richtungen, egal wohin wir gucken, in alle Raumrichtungen, alle Galaxien entfernen sich von uns und je schneller, je weiter sie weg sind, umso schneller entfernen sie sich von uns. Und das ist ganz charakteristisch für ein Medium, wie eine Gaswolke oder so, die eben expandiert. Das heißt, das ganze Universum expandiert. Und diese Galaxienflucht, die ich gerade beschrieben habe, also je weiter weg, umso schneller fliegen sie scheinbar von uns weg. Scheinbar deswegen, weil sie nicht wirklich unterwegs sind, diese Galaxien, sondern tatsächlich quillt der Raum auf, wie so ein Hefeteig. Galaxien bewegen sich also nicht, sondern eingebettet in den Raum, aber der Raum quillt auf und das ist die Idee. Und wenn man das zurückrechnet, also diese ganzen Entfernungs-, also diese Geschwindigkeiten, dann waren alle Galaxien irgendwann in der Vergangenheit in einem Punkt vereinigt. Und dieser Punkt hatte unendlich hohe Energiedichte, Massendichte und deswegen unendlich eine Singularität. Und die Galaxienflucht ist das wichtigste Indiz, und das war die letzte Folge vor dieser hier, das wichtigste Indiz für die Richtigkeit dieser Urknalltheorie. Dann gibt es die kosmische Hintergrundstrahlung und die kosmische Elementverteilung, also welche chemischen Elemente finden wir überhaupt. Und das sind so die drei Grundsäulen der Urknalltheorie. Anders mit einer anderen Idee, also zum Beispiel einem kontinuierlichen Universum, was es schon immer gab und was auch weiter in die Unendlichkeit der Zeit nach vorwärts schreitet, damit könnte man weder die Galaxienflucht, noch die kosmische Hintergrundstrahlung, noch die kosmische Elementverteilung erklären. Das funktioniert nicht. Also die Urknalltheorie kann das, aber es ist ein Indizienbeweis. Da war ja keiner dabei beim Urknall, sondern wir haben nur die Spuren des Urknalls, die wir sehen. Ja, und da gibt es weitere Indizien, die ich hier mal mit so einem Abstand drunter gesetzt habe. Das sind jetzt nicht die großen Säulen, sondern bestätigende Indizien, die großräumigen Strukturen. Da werden wir heute gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was damit gemeint ist. Also Galaxienhaufen und die großen Leerräume im Universum, die Voids, wo es gar keine Masse drin gibt, über riesige Millionen und Abermillionen von Nichtjahren. Und die Feinstruktur der kosmischen Hintergrundstrahlung. Auch das eine sehr gute Bestätigung oder jedenfalls kann man diese Feinstrukturen sehr gut erklären mit dieser Urknalltheorie. Ja, es gibt da eigentlich Voraussetzungen, wir müssen bestimmte Sachen voraussetzen, um überhaupt dieses Denkmodell Urknalltheorie denken zu dürfen. Nämlich zum Beispiel müssen wir annehmen, dass diese Naturgesetze über die ganze Zeit der Existenz des Universums konstant waren. Denn wenn wir, sagen wir mal, vor einer Milliarde Jahre ganz andere Naturgesetze hatten, dann ist natürlich das eine ganz andere Voraussetzung. Dann kann man gar nichts aussagen über Zeiten von vor 5 Milliarden Jahren oder 10 Milliarden Jahren. Also Voraussetzung ist die Universalität der Naturgesetze in Raum und Zeit. Also sozusagen ab dem Moment der Entstehung des Universums hatten wir die richtigen Naturkonstanten und auch die Naturgesetze, wie wir sie kennen. Das gab es also alles schon und das hat sich nicht verändert. Zum Beispiel die Geschwindigkeit des Lichtes, die darf sich nicht verändert haben. Denn wenn sie sich verändert haben sollte, auch in den Zeiten ganz kurz nach dem Urknall, kommt was anderes raus. Dann passt es nicht mehr mit der Urknalltheorie, jedenfalls nicht mit dem Standardmodell der Urknalltheorie. Gut, das ist also eine Grundannahme. Kann man natürlich experimentell untersuchen. Also man kann versuchen Indizien zu finden, ob es Veränderungen gibt oder Indizien für Veränderungen der Naturkonstanten. Die hat man aber nicht gefunden. Die scheinen wirklich, zumindest über sehr lange Zeiträume und große räumliche Distanzen konstant zu sein. Und das kosmologische Prinzip, auch das werden wir heute, wo es also um Probleme der Urknalltheorie, müssen wir da nochmal drüber reden, diese erstaunliche Homogenität von Raum und Zeit. Homogenität von Raum und Zeit sieht überall im Universum gleich aus. Also es scheint jedenfalls so. Wir können uns also Milliarden von Lichtjahren weit bewegen, zumindest in unserem Kopf. In der Realität schaffen es zwar nur mit Mühe bis zum Mond, aber es sieht überall gleich aus, wenn wir uns umschauen. Also ähnliche Strukturen, ähnliche Organisationsformen der sichtbaren Materie über riesige räumliche Distanzen und über den gesamten Bereich der Zeit, der uns zugänglich ist. Denn wir können in die Vergangenheit schauen, denn wenn wir weit weg gucken, dann kommt das Licht ja aus Distanzen von Millionen oder Milliarden Lichtjahren und dann sehen wir die Objekte in einer Zeit der langen Vergangenheit. Das heißt, wir können sowohl die zeitliche als auch die räumliche Struktur des Universums aus solchen astronomischen Beobachtungen extrahieren und es ist erstaunlich homogen. Und die Isotropie des Raums, das heißt in alle Raumrichtungen, egal wo wir hingucken, sehen wir das Gleiche. Und das sind so Voraussetzungen für die Urknalltheorie. Wäre der Raum nicht isotrop, also nach oben sehen wir etwas anderes als nach unten oder in der Zeit nicht isotrop, meinetwegen wenn sich die zeitliche Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit der Zeit ändern würde oder des Lichtes. Dann würde die Urknalltheorie sofort, ja, sich zumindest sehr stark verändern müssen, denn sie basiert auf diesen Voraussetzungen, auf diesen Grundannahmen. Ja, sie kann aber nicht alles erklären und es gibt Probleme. Und um diese Probleme, diese Unstimmigkeiten oder sagen wir mal die offenen Fragen, um die geht es heute. Es geht jetzt also um die offenen Fragen der Urknalltheorie, Unstimmigkeiten oder Lücken oder da, wo wir wirklich noch was erforschen müssen oder sogar Widersprüche. Und eine der größten Fragestellungen ist die nach der dunklen Materie. Und die dunkle Materie ist eine unbekannte Form von Masse. Wir sehen nur die Auswirkungen der Gravitationsanziehung. Also irgendwie ein Körper, also beim schwarzen Loch ist ja klar, das kann man nicht sehen, weil das Licht nicht rauskommt und es hat eine gewaltige Gravitationswirkung. Also wenn man so ein schwarzes Loch irgendwo hat, das könnte man jetzt also nicht sehen, aber alle Massen würden da reingesogen werden. Das würde man natürlich bemerken. Man bemerkt die Gravitationswirkung. Bei schwarzen Löchern weiß man sehr genau, was man hat. Die sind ja bekannt. Die sind nicht die Ursache der dunklen Materie. Das kann man ausschließen. Es sind nicht jede Menge schwarze Löcher, die wir einfach noch nicht entdeckt haben. Aber wir sehen die Auswirkungen von Gravitationswirkung auch in unserer eigenen kosmischen Umgebung und wissen nicht, woher. Also irgendwas beschleunigt in eine Richtung oder es gibt Kräfte und wir kennen die Ursache nicht. Und deswegen hat man den Begriff dunkel, also für unbekannt, dunkle Materie geprägt. Und das bezieht sich auf eine unbekannte Quelle von Gravitation, von Anziehungskraft. Und das sieht man zum Beispiel, und das war das erste Indiz für die Existenz dunkler Materie, an den Rotationskurven der Galaxien. Und das will ich jetzt im Folgenden etwas näher erläutern. Und zwar haben wir hier so eine typische Spiralgalaxie. Es gibt auch andere Galaxien. Deswegen gibt es ja diese Bezeichnung Spiralgalaxie. Es gibt auch elliptische Galaxien. Da sieht man das nicht ganz so deutlich. Aber eigentlich bei einer genauen Analyse genauso. Man findet Hinweise für die Existenz oder für die Wirkung dunkler Materie. Aber bei Spiralgalaxien ist es ziemlich eindeutig. Ja, so ein Bild aus dem Lehrbuch kann man so sagen. Also eine Standard Spiralgalaxie, so ähnlich wie unsere eigene Milchstraße übrigens. Also wir sind auch Bewohner einer solchen Spiralgalaxie. Die heißt bei uns Milchstraße. Und das hier ist die Galaxie M100. Die haben also so etwas wie Kennzeichen. Ein ganz einfaches Kennzeichen in diesem Fall. Sonst sind es auch gerne mehrere Buchstaben und noch mehr Zahlen. Aber die hat eben die Kennzeichnung M100. Und man findet sie hier als Beispiel auf Wikipedia für eine Spiralgalaxie. Und wir sehen, warum sie Spiralgalaxie heißt. Weil in der Mitte gibt es so ein helles Zentrum. Da sind besonders viele Sonnen. Und wir sehen diese Spiralarme. Und das ganze Ding ist eine flache Scheibe. Und wir sehen in diesem Fall genau von oben auf diese flache, langsam rotierende Scheibe. Und sie rotiert so in, sagen wir mal, 200, 300 Millionen Jahren einmal um sich selbst. Das heißt, es gibt gar nicht so viele Rotationen seit dem Urknall. Jetzt kann man sich überlegen, wie viele Umdrehungen diese Spiralgalaxie geschafft hat in der Zeit, seitdem das Universum existiert. Also sagen wir mal 200 Millionen Jahre. Das heißt, fünfmal alle Milliarde Jahre. Und das Universum ist gerade mal 13,6 oder 7 Milliarden Jahre alt. Also es sind nur einige zig Umdrehungen, die diese Galaxie auch unsere Milchstraße geschafft hat. Also die drehen sich wirklich langsam. Gut. Und jetzt ist so, wenn man also normale Mechanik da anwendet, dann ist so, je weiter... Also so eine Kreisbahn. Also diese Sonnen hier, also was wir hier sehen, also die Spiralarme sind dichte Wellen. Die entstehen durch so eine etwas kompliziertere Wechselwirkung der Masse in so einer rotierenden Scheibe. Aber erstmal ist es eine rotierende Scheibe. Und sie rotiert nicht als starre Scheibe, sondern jede Sonne alleine rotiert um das schwere Zentrum in der Mitte der Galaxie. Und da sind auch normalerweise eigentlich immer, glaubt man, schwarze Löcher als schwere Zentren. Auch in unserer eigenen Milchstraße ist im Zentrum ein ziemlich großes, also massereiches, schwarzes Loch. Also darum rotieren diese Sonnen. Und es ist so, je weiter sie weg sind, umso schwächer ist die Anziehungskraft. Weil nach dem Gravitationsgesetz von Newton nimmt ja die Anziehungskraft ab von einer Masse bei einem Massezentrum, wenn man sich von dem Massezentrum entfernt. Also auch wenn wir uns jetzt von der Erde entfernen, dann werden wir leichter, weil die Anziehungskraft von der Erde, wenn sie weiter weg ist, eben nachlässt. Und das ist dieses Newton'sche Kraftgesetz, Gravitationsgesetz, 1 durch R². So, die Kreisbahnen, die entstehen durch das Gleichgewicht von Fliehkraft und Anziehungskraft. Also Fliehkraft ist, wenn ich, das drückt mich nach außen, wenn ich in der Kurve unterwegs bin und nach innen zieht die Gravitationskraft und in der Kreisbahn ist das genau im Gleichgewicht. Das bedeutet aber, und das kann man ganz leicht ausrechnen, über Fliehkraft, mv² durch R und die Gravitationskraft und Massenzentrum mal Masse gezahlt durch R², da kann ich ausrechnen, wie schnell die jeweiligen Objekte auf Kreisbahnen unterwegs sind oder wie lange sie brauchen für eine Umdrehung. Und das muss, je weiter sie weg sind vom Schwerezentrum, immer langsamer sein. Also weiter draußen heißt, diese Sterne müssen langsamer auf ihren Kreisbahnen unterwegs sein, weil sie weiter weg sind von der Massenkonzentration. Nur ist es so, dass die Masse ja nicht wie in unserem Sonnensystem, da ist die Sonne die Hauptmasse, also das ist ganz einfach, eine Punktmasse in der Mitte sozusagen. Hier ist es eine Massenverteilung, aber auch für eine Massenverteilung kann ich es ausrechnen und kann sagen, nach außen muss es nach dem und dem Gesetz, ein bisschen komplizierter, weil es eine Massenverteilung ist, aber muss es auf jeden Fall abnehmen. Also sie müssen immer langsamer sein, sonst würde sie die Fliehkraft auf zu schnellen Kreisbahnen wegreißen von der Galaxie und das ganze System hätte nicht mal die erste Umdrehung überwunden. Ja, jetzt kann man diese Bahngeschwindigkeiten der Sonne auf ihrer Bahn hier, kann man messen. Und zwar kann man das sowohl für die Sonnen machen, da kann man ja natürlich eine helle Sonne aussuchen und die spektral analysieren und dann sieht man die Geschwindigkeit anhand des Doppler-Effektes. Wenn sich etwas von uns weg bewegt, dann sind alle Spektrallinien einer Sonne rot verschoben und wenn es auf uns zukommt, dann sind sie eben blau verschoben. Und wenn ich jetzt von der Seite, nicht wie hier, das ist jetzt ungünstig, ich gucke ja genau von oben, aber wenn ich von der Seite auf eine Spiralgalaxie sehe, dann kommt ja die linke Seite, wenn sie links rumdreht, kommt auf uns zu und die rechte Seite, die Arme bewegen sich von uns weg. Das heißt, ich würde erwarten, links eine Blauverschiebung, rechts eine Rotverschiebung. Und genau das kann man eben messen. Ja und zwar zum Beispiel bei dieser Galaxie hier. Das ist die Galaxie NGC 4527, eben auch eine Galaxie und hier sehen wir auch den Link. Also das ist hier von der Sloan Digital Sky Survey. Das ist eine große Durchmusterung des Himmels. Man hat also alle Galaxien bestimmt Entfernung, Position im dreidimensionalen Raum. Und hat mit dieser Sloan, da gibt es auch eine Abkürzung, SDSS heißt das und damit hat man eine Orientierung, so etwas wie einen Stadtplan von unserer kosmischen Umgebung im Umkreis von einigen Milliarden Jahren gefunden. Also wo sind all diese Galaxien lokalisiert? Und das ist eben eine Galaxie und hier schauen wir so in etwa von der Seite drauf zu. Wenn sie jetzt links rum rotieren würde, dann würde ich erwarten, dass wir hier für charakteristische Spektrallinien von bestimmten Sternen eine Blauverschiebung haben und auf der rechten Seite, wenn es da weg geht von uns, eben eine Rotverschiebung. Und das wurde für diese NGC 4527 durchgeführt. Und das ist dabei herausgekommen. Also das ist jetzt wirklich ein Bild aus einer Fachveröffentlichung, für gewöhnlich eben schwer verständlich, aber ich versuche es jetzt mal zu erklären. Was wir hier sehen, ist die Analyse, Spektralanalyse von drei charakteristischen Spektrallinien. Und ich nehme jetzt nur eine mal raus, das ist die H-Alpha-Linie, das ist diese hier in der Mitte. Und die ist im Labor, das ist eine bestimmte Spektrallinie des Wasserstoffs. Also wenn ich eine Gasentladung brennen lasse, das kann ich auch im Unterricht machen, im Schülerunterricht, Physik oder auch im Experiment in der Vorlesung, aber so eine Gasentladungslampe und die betreibe ich jetzt mal mit reinem Wasserstoff. So und da kommt eben irgendwie Licht raus. Und ich mache eine Spektralzerlegung des Lichtes, dann sehe ich da allerhand verschiedene Linien, weil es auch H2 ist übrigens, H2 ist das Molekül. Ich muss es aber eigentlich mit Wasserstoffatomen machen, das geht aber auch in der Gasentladung. Und da gibt es eine charakteristische orange-rote Linie, so würden wir die als Menschen wahrnehmen, so orange-rot ist das, bei 656,28 Nanometern. Das ist die Wellenlänge. So und jetzt gucken wir hier bei diesen Sternen oder beim Wasserstoffgas ist das, sorry, das kann ich bei Wasserstoff machen, aber auch bei Sternen, da sehe ich also hier diese charakteristische orange-rote Linie, die kommt also als Teil dieses Lichtpakets von dieser Galaxie und jetzt kann ich das mit dem Schlitz machen, dass ich, ich gehe nochmal zurück, dass ich also nur den linken Teil hier analysiere, also ich kann hier mit so einem Schlitz drüber fahren, das wurde da gemacht. Also man macht einen Schlitz und kriegt jetzt nur Licht vom linken Ende, nur Licht von der Mitte und Licht von rechts. Also ich fahre da mit so einem Schlitz, der genau senkrecht ist, zur Rotationsachse dieser Galaxie drüber und gucke mir die H-Alpha-Linie an. Okay, und die sollte jetzt eigentlich in der Mitte, also wenn sie, wenn nichts ist, dann sollte die eben ohne Doppler-Effekt, es bewegt sich nicht, bei 656 Nanometern liegen. Okay, sind die Forscher der Meinung, das hier ist H-Alpha und das Licht, das hier ist die Wellenlänge, ja, also in der Vertikalen bei 660, also hier ist 6600, 6610 Angstström, also das wären hier 660,665 Nanometer, das sind 656 Nanometer, das sind 10 Nanometer dazwischen. Also insgesamt ist dieser ganze Bereich, also hier wird über die, das ist die X-Koordinate, also das ist der Schlitz, bewegt über die Galaxie und wir sehen, dass die Linie tatsächlich an der linken Seite ist sie ins Rote verschoben, oben ist rot verschoben und in der rechten Seite ist sie blau verschoben. Okay, also da gibt es einen Rotationseffekt. Ich habe ja erstmal ein Problem, die Mitte, das wäre hier, das ist ja genau die Mitte hier, da gibt es diesen Sprung, das wäre jetzt in der Mitte, da ist ja trotzdem eine Verschiebung, da ist nämlich die Emission bei 6600 Angstström, beziehungsweise 660 Nanometern und nicht bei 656 Nanometern. Das liegt daran, ich gehe nochmal zurück auf das Bild, dass diese Galaxie so weit von uns entfernt ist, dass wir da schon die Galaxienflucht beobachten können. Das heißt, es gibt eine Rotverschiebung der mittleren Wellenlänge, ohne die Rotation der Sterne in der Galaxie. Das heißt, auch das Zentrum, was nicht rotiert, da zeigt diese Wasserstofflinie eine Verschiebung, einfach weil diese Galaxie scheinbar von uns wegfliegt. Scheinbar deswegen, ich dachte ja, es ist kein Wegfliegen, sondern der Raum quillt auf. Aber das ist schon diese galaktische Rotverschiebung von der Mitte. Aber trotzdem überlagert über diese generelle Rotverschiebung haben wir zusätzlich eben hier über den Querschnitt der Galaxie von links eine Rotverschiebung, oben ist rot, eine längere Wellenlänge und rechts eine Blauverschiebung. Das heißt, das Ding rotiert. Das können wir erstmal daran erkennen. Das rotiert, muss ja auch rotieren, sonst würde es ja durch die Gravitation in sich zusammenfallen. Also, und wir sehen hier nach draußen, also hier in der Mitte ist natürlich sehr viel Materie, sehr viel Licht, deswegen ist das hier sehr deutlich zu sehen. Hier gibt es also einen Sprung von Rotverschiebung auf Blauverschiebung. Das heißt, Blauverschiebung heißt, dass ich es gerade verkehrt rum angenommen hatte. Moment, das ist das hier. Dieser Teil kommt auf uns zu, der rechte Teil, und der linke fliegt von uns weg. Sie dreht sich also so rum. Die Drehrichtungen der Galaxien sind gleichmäßig statistisch verteilt im Universum. Es gibt welche, die aus unserer Sicht links rum und rechts rum und sonst wohin drehen. Da gibt es keine Vorzugsrichtung. Die drehen sich im Mittel alle, wenn man über alle mittelt, einfach in alle möglichen Richtungen. Und diese eben in dieser Perspektive, wenn das mal oben sei, auch das wird man ja einfach festlegen, eben links rum rot verschoben und rechts blau verschoben. Gut, was jetzt aber interessant ist, ich sagte ja nach draußen hin, muss diese Bahngeschwindigkeit der Sterne abnehmen, weil die Gravitationsanziehung abnimmt, die weiter ich weg bin vom Massezentrum. Und das ja hoffentlich in der Mitte meiner Galaxie. Aber, das sehen wir hier schon, die Rotverschiebung hier, die Blauverschiebung und auch die Rotverschiebung ist konstant. Die nimmt nicht ab. Und das ist eben sehr, sehr rätselhaft. Und die Lösung ist die Annahme, dass die tatsächliche Massenverteilung, ich gehe noch mal zurück auf das Bild hier, die tatsächliche Massenverteilung ist ungleich viel größer. Wir sehen hier nur einen kleinen Teil, so die Interpretation dieser Konstanz der Bahngeschwindigkeit. Also Rotverschiebung, Blauverschiebung bleiben einfach konstant. Das ganze Ding ist in ein Halo von dunkler Materie, die weiter draußen in der Anziehungskraft absolut dominiert. Sie bewirkt, dass da kein Massenzentrum in der Mitte ist, von dem ich mich entferne, sondern da ist überall Masse. Und dann ist die Anziehungskraft tatsächlich konstant und die Bahngeschwindigkeit ebenfalls. Also, das Messergebnis ist auch für andere Linien hier, die weiter beim Roten oder im Blauen sind, aber das ist die H-Alpha-Linie hier, ist eine Konstanz. Also das Entscheidende ist, dass hier diese Messung eine konstante Blauverschiebung und eine konstante Rotverschiebung ergibt. Ja, und das gibt es auch für andere Galaxien. Das hier ist die Galaxie M. Also M steht für Messier, das ist so ein Sternkatalog 33. Hier sehen wir es nochmal. Da kann man im Innenbereich bei 10.000 Lichtjahren ist das hier, 20.000 Lichtjahre, 30.000 Lichtjahre. Also hier wäre eigentlich der sichtbare Bereich der Galaxie zu Ende. Im sichtbaren Bereich kann ich mir die Sterne anschauen und sehe hier Bahngeschwindigkeiten. Da wird also die Rot- und Blauverschiebung sofort in eine Bahngeschwindigkeit umgerechnet. Das ist eine Auswertung. Da sehe ich, dass die Bahngeschwindigkeit erstmal zunimmt. Und das würde man auch erwarten. Weil wenn ich eine Massenverteilung habe in so einer, sagen wir mal, kleinen Kugel und ich bin innerhalb der Kugel, dann ist die Gravitationskraft geringer, weil ich ja sowohl weiter draußen als auch weiter drinnen Anziehungskraft habe. Das heißt, ich würde erwarten, dass die Bahngeschwindigkeit zunimmt. Das ist die gestrichelte Kurve. Das ist die von simpler Mechanik zu erwartenden, mitten an bestimmten Massenverteilungen angenommen. Und weiter draußen nimmt sie eben dann ab. Das ist die gestrichelte Kurve. Das ist die Expected from the Visible Disc. Also von der sichtbaren Materieverteilung der Sterne und des Gases erwartete Abnahme der Bahngeschwindigkeit weiter draußen mit abnehmender Gravitationsanziehung. Gravitationsgesetz von Juden. Tatsächlich sehen wir, dass hier sogar die Bahngeschwindigkeit weiter draußen zunimmt. Und das ist für den Bereich, wo es keine Sterne mehr gibt, weiter draußen. Da gibt es nur noch dieses Wasserstoffgas. Das ist die 21 cm Linie vom normalen Wasserstoffatom. Die kann ich auch beobachten und sehen, dass die Wasserstoffwolken weiter draußen auch immer noch höhere Bahngeschwindigkeiten haben in ihrer Umdrehung oder Umkreisung des galaktischen Zentrums bei dieser M33-Galaxie. Hier ist übrigens das Bild von dieser Galaxie. Da sieht man diese roten Wasserstoffwolken da. Gut, hier also sogar eine Zunahme, je weiter draußen ich bin. Zumindest bis zur Distanz von 40.000, 50.000 Lichtjahren weit draußen vom galaktischen Zentrum. Und es gibt so Übersichtsveröffentlichungen von Leuten, die haben ganz viele solche Rotationskurven aufgenommen von diesen Galaxien. Und eine Veröffentlichung von 2015 hier von Sofju et all. Kann man also nachgucken. Hier, all rotational curves in one panel. Also es ist ein Bild aus dieser Publikation. Hier ist der Link, Akademik und so weiter. Das kann jeder downloaden. Hier ist eine freie Fachpublikation. Und dieses Bild hier zeigt also alle Rotationskurven. Es gibt viele Bilder in der Publikation. Das ist sozusagen das Übersichtsbild. Zeigt also alle Rotationskurven in einer Darstellung von ganz vielen Galaxien. Also jede dieser Linien hier ist eine Galaxie. Wir sehen, dass die, je nachdem wie viel Masse die Galaxie insgesamt hat, gibt es also langsam rotierende und schnell rotierende. Weil sie, wenn sie mehr Masse haben, müssen sie schneller unterwegs sein, weil die Anziehungskraft größer ist, dann muss die Fliehkraft größer sein. Das ist eine simple Mechanik. Aber bei allen ist es so, dass weit draußen bis 40, 50 Kiloparsec, ein Parsec sind so irgendwas um die drei Lichtjahre, bis 50 Kiloparsec, unglaublich weit draußen, da ist längst nichts mehr zu sehen, das ist dann nur noch Gas, Gaswolken, dass bis da draußen hin die Bahngeschwindigkeit konstant bleibt. Also sie nimmt nicht zu für gewöhnlich. Also manchmal nimmt sie zu, wie hier nimmt sie ein bisschen zu, aber meistens sieht es ziemlich flach aus da draußen. Aber sie nimmt jedenfalls nicht ab. Und das bedeutet, dass da weiterhin eine hohe Massenanziehung da sein muss und die tatsächliche Massenverteilung viel, viel ausgedehnter sein muss, die also das Gravitationsfeld der Galaxie verursacht, als das, was wir sehen können. Es muss Masse geben, die nicht sichtbar ist, die Gravitationswirkung erzeugt. Und das ist eben diese unbekannte dunkle Materie, geschlussfolgert aus diesen Rotationskurven. Und das ist kein kleiner Effekt. Ich will es hier mal in so einem Wikipedia-Bild, das ist eine Animated GIF, also eine Animation, zeigen. Wir haben hier im linken Bild, haben wir also das, was wir erwarten würden. Nach außen muss es immer langsamer rotieren, weil die Gravitationswirkung aufgrund der Massendichte der sichtbaren Materie abnimmt. Das rotiert also ganz langsam. Währenddessen, wie hier auf der rechten Seite, das wirklich gemessene Bild haben mit einer praktisch konstanten Bahngeschwindigkeit nach draußen hin. Und wir sehen, dass es draußen viel, viel schneller rotiert. Ja, das zeigt also, dass der Unterschied zwischen dem, was wir wirklich messen und dem, was wir von der sichtbaren Materieverteilung her erwarten würden, aufgrund simpler Materie und dem Gravitationsgesetz von Newton, dass das ganz stark voneinander abweicht. Ja, und auch für unsere eigene Milchstraße gilt das. Hier habe ich mal eine Publikation mit dem Titel selber mitkopiert hier. Das ist also der Titel, also Screenshot von der eigentlichen Publikation Rotation Curve of the Milky Way, also unsere Milchstraße, from Classic Sea Fights. Also das ist eine bestimmte Methode, mit der man diese Bahngeschwindigkeiten misst. Man muss immer die Entfernung auch der Sterne wissen. Und wir sehen hier, this work, das sind die blauen Punkte, aber es gibt auch andere Methoden, um diese Bahngeschwindigkeiten festzustellen. Also hier wieder dieser Softview, den ich gerade in der neueren Arbeit von 2015 zitiert habe. Hier sind Beobachtungen der eigenen Milchstraße von dem gleichen Autor, beziehungsweise der Arbeitsgruppe von 2009 dargestellt. Und hier noch eine andere Methode, Right at all. Und wir sehen hier, dass es nach draußen hin einfach konstant bleibt. Und Sofio et all hat sogar einen Anstieg hier, das sind diese hellgrauen Kreuze, mit einer anderen Methode gemessen, einen Anstieg gefunden. Also auch in unserer eigenen Milchstraße starke Indizien, dass da eine zusätzliche Gravitationswirkung vorhanden ist, durch irgendeine Masse, vermutlich eine Masse. Es gibt auch andere Erklärungen, Modifikationen des Gravitationsgesetzes zum Beispiel, aber die hat man inzwischen als nicht plausibel ausgeschlossen. Es scheint also zusätzliche Masse zu geben, deren Ursache wir nicht kennen. Es können zum Beispiel zusätzliche Elementarteilchen sein, die wir bisher noch nicht entdeckt haben. Aber sie sind auch hier in unserer Nähe, in der kosmischen Nähe. Sie sind in jeder Galaxie drin. Gut, das sind also diese Rotationskurven. Und dann gibt es für dunkle Materie, also gleiche Ursache, wir sind auf der Spur, was für Materie das ist, die komischen Rotationskurven unserer Galaxien verursacht, auch unserer eigenen. Dann gibt es weiterhin so eine Gravitationswirkung, die wir sehen können, an Galaxienhaufen. Und da finden wir auch Indizien, dass die dunkle Materie sogar überwiegend ist. Also es ist der größere Anteil, es ist viel mehr Materie als die sichtbare Materie. Dunkle Materie ist auch sichtbar an der Gravitationswirkung, die Galaxienhaufen zusammenhält. Und das kann man wirklich genau analysieren und sieht da wiederum, dass es viel mehr, sogar, dass es viel mehr dunkle Materie geben muss, ungefähr fünf bis sechs Mal so viel, als sichtbare Materie. Und wie das geht, will ich jetzt näher erklären. Also Thema Galaxienhaufen und dunkle Materie. Wir haben hier so einen Galaxienhaufen, das ist dieser hier. Also hier steht auch die Nummer dabei, also das kann man auf Wikipedia nachschauen. Wir sehen hier also, das sind alles Galaxien, die man hier sieht, die stehen eng beieinander. Ein Haufen Galaxien und das ist so etwas wie ein schweres Zentrum. Und um diese Galaxien herum, um diesen Haufen, sehen wir so merkwürdige blaue Striche. Und die habe ich hier mal rausvergrößert aus diesem Bild. Und hier sehen wir diese merkwürdigerweise auch ungefähr parallel, scheinbar so kreisförmig, um diesen Galaxienhaufen herum angeordnete blaue Striche. Hier kann man auch irgendwie noch eine Struktur in diesem blauen Strich erkennen. Hier ist einfach nur der blaue Strich zu sehen. Und auf der anderen Seite des Galaxienhaufen sieht man auch diese Striche. Und sie sehen aus, als wären es Segmente von Kreisen, die um diesen Galaxienhaufen herum angeordnet sind. Und die Interpretation ist, dass der Galaxienhaufen als Gravitationslinse funktioniert. Dazu habe ich dieses Bild hier vom ESA Hubble.org, also ist mit der ESA zusammen gemacht worden. Hier findet man, das ist der Link, wo man das Bild findet. Und die Idee ist, dass wir in sehr, sehr großer Entfernung, also viel größer als die Entfernung des Galaxienhaufens, der muss ungefähr in der Mitte sein, haben wir irgendeine sehr hell leuchtende Galaxie oder ein Quasar. Und der hat dieses blaue Licht, also ganz weit weg und der hat irgendwie so ein charakteristisches Licht. Und das kann man auch genau spektral zerlegen. Man kann es analysieren. Und dann kann man sehen, dass diese Kreisbögen, die ich gerade gezeigt habe, dass die von der gleichen Lichtquelle stammen. Sie sind aber an ganz unterschiedlichen Stellen um diesen Galaxienhaufen herum angeordnet. Und das liegt daran, so die Interpretation, dass die Lichtstrahlen hier von dieser blauen, sehr starken Lichtquelle, die losfliegen, dass sie eigentlich zunächst mal in eine andere Richtung gingen, aber durch die Raumkrümmung dieser Massenkonzentration des Galaxienhaufens in unsere Richtung gelenkt werden. Wir haben als Beispiel zwei solche roten, rot markierten Lichtstrahlen. Der eine geht hier rechts vorbei, der andere links vorbei am Galaxienhaufen und würde eigentlich nicht zu uns kommen. Aber durch die Raumkrümmung, das ist hier durch dieses unterlegte Gitter angedeutet, durch die Raumkrümmung, die der Galaxienhaufen mit seiner Masse verursacht, kommen diese Lichtstrahlen dann doch zu uns. Und was wir dann sehen, das sind eben solche, ja, wie durch so eine starke, fokussierende Linse, sind dann also nicht vernünftig abgebildet, sondern sind solche ringförmigen oder Teilsegmente vom Ring verzerrten Bilder dieser primären hellen Galaxie hinter dem Galaxienhaufen. Das ist immer eine Gravitationslinse. Und natürlich können wir jetzt an der Krümmung ausrechnen, wie groß die Masse sein muss des Galaxienhaufens. Und da kommt raus, damit diese Krümmung hier, damit das hinkommt mit der Gravitationslinse, muss die Massenkonzentration im Galaxienhaufen viel größer sein, um ein Vielfaches, als die tatsächlich sichtbare Masse aller Galaxien, also das kann man ja ausrechnen, also abschätzen, in diesem Haufen. Und da hat mal jemand so eine genaue Analyse gemacht, das ist so eine mathematische Analyse aus vielen, vielen einzelnen Messungen von diesen ganzen blauen Punkten und hat versucht zurückzurechnen, wie diese Massenverteilung aussehen muss. Und hat dem zugrunde gelegt natürlich auch die Massenverteilung der sichtbaren Masse, also der Galaxien. Wir sehen hier diese Peaks, das sind die Galaxien selber, also die sichtbare Materie, das ist also eine sehr hohe Massedichte. Hier, das ist die Säulen-Column-Density, also sowas wie die Dichte hier pro Quadratzentimeter, pro Quadratzentimeter in diesem Fall, weil es geht um die Säule, die das Licht ablenkt, sehen wir hier sehr schön. Und das sind hier thousands of light years, also 1000 Lichtjahre, also plus minus 800.000 Lichtjahre, das ist also das gesamte Volumen dieses Galaxienclusters. Und wir sehen, dass die Massenverteilung hier natürlich in den Galaxien sehr hoch ist, also das ist die sichtbare Materie und in der Mitte ist vermutlich in jeder Galaxie ein sehr massereiches schwarzes Loch. Aber was wir auch sehen, ist dieser Halo hier, um jede einzelne Galaxie, auch wenn sie weiter draußen ist, ist hier, also hier sieht man es auch, ist weit draußen noch eine geringere Dichte, aber dafür enorm ausgedehnt. Und das ist ja dreidimensional, es geht eben Volumina. Das heißt, selbst wenn es hier ein geringer Wert ist von Massendichte, dadurch, dass es ein dreidimensionales Volumen ist mit viel größerem Radius, ist das eine gewaltige Gesamtmasse, die sich auch hier im Zentrum des Galaxienhaufens sogar überlagert zu so einer riesigen Masse, die den ganzen Bereich im Innern des Galaxienhaufens ausfüllt. Zwischen diesen Galaxien, die eigentlich für uns so aussehen, als wären sie sauber getrennt, aber durch die dunkle Materie, und das ist die dunkle Materie, diese breit verteilten Füße in den Peaks der Massen, also in dem Maxima der Massenverteilung der sichtbaren Materie drumherum, sind diese halos. Und das bestätigt eigentlich sehr schön diese Annahme von den Rotationskurven der Galaxien, dass es in den Galaxien eine viel breitere Massenverteilung geben muss, die viel weiter ausgedehnt ist als das, was wir sehen, sehen wir eben nicht. Und das ist die dunkle Materie. Und das bedeutet, dass es ein Vielfaches an Masse geben muss im Universum, also nur aufgrund der Gravitationswirkung, die wir hier sehen, in dem Fall Lichtablenkung ist es, als eben nur die sichtbare Materie. Und das ist eine krasse Wissenslücke in der Physik. Wir haben eine riesige Gravitationswirkung und können nicht sagen, wo die herkommt. Es gibt noch ein drittes Indiz für die Existenz dunkler Materie, nämlich die großräumigen Strukturen. Und da will ich mal anfangen mit diesem wunderschönen Film hier, den bette ich ein in dieses Vorlesungsvideo hier. Und das ist ein Sloan. Sloan ist also der Name von dieser Himmelsdurchmusterung. Sloan Flight Through the Universe. Und das ist eben die Sloan Digital Sky Survey. Die haben also die Position jeder einzelnen Galaxie in einem gigantischen Volumen um uns herum festgestellt, also sowas wie ein dreidimensionaler Stadtplan unseres Universums. Und dann haben sie das in den Computer eingegeben und dann haben sie es so programmiert, als würden wir auf einer mehr oder weniger zufälligen Route unterwegs sein durch den uns bekannten Raum des Universums. Wir machen jetzt also eine Stadtrundfahrt, dreidimensional, durch das bekannte Universum. Und das starte ich jetzt mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war also ein kleiner Rundflug durch das uns bekannte Universum. Bitte zu beachten ist, dass jede Galaxie, die gezeigt wurde, tatsächlich existiert. Das entspricht, es ist nicht eine Computersimulation, sondern das sind die wirklich nachgewiesenen Galaxien. Und jede dieser vielen, vielen Galaxien besteht aus ihrerseits vielleicht 100 Milliarden oder mehr Sonnen. Und jeder dieser Sonnen könnte ein Sonnensystem haben. Es ist eine unglaubliche Weite und Vielfalt, aber gigantische, unvorstellbare Distanzen. Das kann man auch im Computer simulieren. Und das ist ein weiterer Eckpfeiler eigentlich der Urknalltheorie, nämlich die großräumigen Strukturen, das hatte ich letztes Mal erklärt, die können wir simulieren. Wir können also mit einem heißen, gasgefüllten Universum anfangen. Das hat eine ungefähr gleichmäßige Massenverteilung. Und dann beobachten wir, wie diese Masse ausflockt. Und das ist hier gemacht worden, das ist eine Computersimulation. Und die heißt Millennium Simulation hier, Millennium Simulation Project vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in München. Das hier ist dann schon das Ergebnis der Simulation. Wir sehen, die Masse ist nicht mehr gleichmäßig verteilt, sondern hat sich also kondensiert in solchen Fäden, so Threads. Und dann gibt es diese Leerräume dazwischen, die Voids. Und es gibt diese Galaxienhaufen, so Cluster, wo ganz viele Galaxien vereinigt sind. Aber was hier so rosa, rot und violett markiert ist, das sind gar nicht die Galaxien, sondern diese Simulation musste mit dunkler Materie rechnen, weil sonst funktioniert es nicht. Ohne die zusätzliche Gravitationswirkung, die um ein Vielfaches stärker ist, als die der sichtbaren Materie, ohne die Gravitationswirkung der dunklen Materie, kommen wir mit den Zeiten, die wir zur Verfügung haben, also 13 Milliarden Jahre, kommen wir nicht hin, da klappt es nicht. Das Ausflocken in diesen Strukturen hier, das wäre zu langsam. Wir brauchen also für die Ausbildung der großräumigen Strukturen, wie wir sie bei der Sloan Digital Sky Survey gesehen haben, gerade bei unserem Rundflug, wenn wir die wirklich simulieren wollen, also verstehen wollen, dann brauchen wir zusätzliche Gravitationswirkung durch die dunkle Materie. Das ist also ein dritter Hinweis darauf, dass die dunkle Materie eine wesentlich stärkere Rolle spielt bei der Ausbildung der Strukturen im Universum, wie Galaxien und eben dieser großräumigen Galaxienanordnung hier als die sichtbare Materie. Und jetzt will ich ein weiteres Video zeigen, nämlich die Simulation, das ist das Millennium Simulation Project, wo Sie im Rechner mit einem Haufen Massenpunkten simuliert haben, wie es zur Ausbildung von diesen Voids, den großen Leerräumen und eben diesen fadenartigen Strukturen und den Knoten gekommen ist. Und das ist hier diese Simulation und hier wird angezeigt C in Gigajahren, GJRs, das sind Gigajahre und bei 0 ist der Urknall und da war das Universum einfach eben mit heißem Gas ausgefüllt, so wie das Startbild hier und das läuft dann langsam hoch, wobei hier das fängt an bei 0,05 Gigajahren, also 50 Millionen Jahre nach dem Urknall. Und das ist der Z-Wert, der dazugehört, das ist die Rotverschiebung. Also wenn wir bis Z gleich 48 schauen, dann würden wir also gar keine Galaxien mehr sehen, sondern wie wir hier sehen, nur einen Nebel von Gas, einen heißen Nebel von Gas, der allerdings schon solcher, ja, wärmere und kältere oder der Farbgut ist einfach die Materiedichte, dichtere und weniger dichte Bereiche zeigte. Und bei der Gravitation ist es so, wenn man erstmal, so ähnlich wie beim Geld, wenn einer viel Geld hat, dann wird es noch mehr Geld, weil es anlegen kann. Und bei der Masse ist es auch so, wo mal mehr Masse ist, da haben wir ein Massezentrum, was natürlich anziehend wirkt und das zieht dann noch mehr Masse in sich hinein. Das heißt, wenn etwas wie so ein Galaxienhaufen schon mal einen Haufen Masse hat, dann zieht er aus der Umgebung noch mehr Masse in sich herein. Und das ist zum Beispiel der Grund, weshalb wir diese riesigen Leerräume haben. Da wurde die Masse einfach durch umliegende Massenzentren im Laufe der Jahrmilliarden leer gesogen. Und hier unten haben wir dann noch so etwas wie einen Längenparameter. Der wird dann immer länger im Laufe der Zeit, weil sich das Universum ausdehnt. Und jetzt will ich mal diese Simulation starten. Die geht ein bisschen länger und sie zeigt, wie sich unser Universum bis zum heutigen Tag aus der gleichmäßigen Gasverteilung hin zu diesen charakteristischen großräumigen Strukturen entwickelt hat. Wir sehen hier aber nicht einzelne Galaxien, also allenfalls in einigen Details, sondern die Verdichtung der dunklen Materie. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war also ein Ergebnis der Millennium-Simulation, so wie wir uns heute vorstellen, wie die Galaxien, die Sterne aus dieser gleichmäßigen Gasverteilung am Anfang des Universums ausgeflockt sind durch die Gravitationswirkung. Der sichtbaren Materie, aber vornehmlich eigentlich der viel stärkeren, also gravitationsmäßig stärkeren dunklen Materie. Gut, das waren also die drei Indizien für die Existenz dunkler Materie. Und sie macht, hier ist es mal genannt, 23% nach heutigem Wissen, 23% der Substanz des Universums aus. Und dann gibt es eine zweite dunkle Sache in der Physik und das ist die dunkle Energie. Und diese dunkle Energie, die macht sogar laut Theorie, laut Kosmologie 72% der Substanz des Universums aus. Und das hat eine interessante Konsequenz, wenn man das hier addiert, 20 plus 70 gibt 90 und dann haben wir nochmal 5, also 95% der Substanz des Universums. Also mit Substanz meine ich jetzt die Summe aus Energie plus Materie, weil Energie und Materie sind ja wesensgleich, laut Einstein. 75% der Substanz des Universums, das die Urknalltheorie beschreibt, sind uns unbekannt. Denn diese Energieform, um die es jetzt gleich geht, die dunkle Energie, die ist genauso wenig bekannt in ihrer Ursache wie die dunkle Materie. Also nur 5% der Substanz des Universums können wir erklären. Und das würde ich dann schon als eine wirklich gravierende, offene Frage der Urknalltheorie bezeichnen. Denn wenn man eine Theorie hat, die 95% der Substanz eines Objektes, also in diesem Fall unseres ganzen Universums, nicht erklären kann, dann ist das schon wirklich eine offene und drängende Frage. Und das Hauptindiz dafür, dass es dunkle Energie geben muss, also 72% der Substanz des Universums, das ist die beschleunigte Expansion des Universums. Bisher ist die Urknalltheorie, also bis zur Entdeckung dieser beschleunigten Expansion, war man der Meinung, dass sich natürlich die Expansion abschwächt, weil sich nämlich alle Galaxien gegenseitig anziehen. Also wir haben den Urknall, da flog alles auseinander und dann fingen diese Galaxien an, die haben sich dann gebildet, das sind Massezentren und zwei Massezentren ziehen sich natürlich an. Alle Massezentren ziehen sich gegenseitig an. Das heißt, die Expansionsgeschwindigkeit müsste durch diese gegenseitige Gravitationsanziehung langsam immer mehr abgebremst werden und schließlich vielleicht sogar zum Stillstand kommen. Und dann wäre die nächste Frage, ob es dann wieder so ein Zusammenschrumpeln des Universums gibt und dann eine Wiederholung des Urknalls. Ja, heute ist klar, dass die Expansion des Universums sogar beschleunigt. Es wird immer schneller und dafür muss es einen Antrieb geben, denn wenn ich mit dem Auto beschleunige, muss es ja Gas geben, also es muss irgendwie eine Energiequelle geben für diese beschleunigte Expansion und das nennen wir die dunkle Energie, weil wir diese Energiequelle nicht kennen. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht, worum es geht, also was die Ursache ist der beschleunigten Expansion. Wir können allerdings die beschleunigte Expansion messen, allerdings nur für die Vergangenheit. Also wir können in die Vergangenheit schauen, indem wir uns Galaxien anschauen, die so und so viele Milliarden Jahre entfernt sind, Milliarden Lichtjahre entfernt sind und schauen dann gleichzeitig in einen Zustand des Universums vor diesen Milliarden Jahren hinein, also in die Vergangenheit des Universums. Und so können wir also in verschiedenen Distanzzonen von unserem Punkt, also sozusagen wir sind in der Mitte und je weiter wir weggucken, umso weiter gucken wir auch in die Vergangenheit. Und wir können für eine weit entfernte Zone die Expansion messen. Und dann können wir eben für verschiedene Distanzen von uns die Expansion jeweils feststellen, wie schnell ist denn damals das Universum expandiert und können dann einen Plot machen, Expansionsgeschwindigkeit gegen Zeit in der Vergangenheit. Und dann können wir schauen, was wir erwartet haben, dass es natürlich immer langsamer wird. Aber in den letzten paar Milliarden Jahren ist es immer schneller geworden. Das sehen wir durch diese Analyse der Bewegung von entfernten Galaxien. Allerdings ist es dazu notwendig, dass wir die Entfernung von Galaxien unabhängig vom Z-Parameter, also von der Rotverschiebung messen können. Wir müssen also die Rotverschiebung, das ist ja sozusagen die Expansionsgeschwindigkeit des Universums, messen. Und wir müssen unabhängig davon irgendwie rauskriegen, wie weit sind eigentlich diese Galaxien entfernt. Und das ist schwierig. Eine Galaxie, die Millionen oder Milliarden Lichtjahre entfernt ist, wie messe ich denn diese Entfernung? Und das wird gemacht mit sogenannten Standardkerzen. Und eine Standardkerze ist ein ganz bestimmter Typ von Supernovae, also explodierenden Sternen. Wir haben hier so ein Beispiel für eine Galaxie, die wurde eben genau vermessen in der SDSS, Sloan Digital Sky Survey, also genau diese Himmelsdurchmusterung. Und da gab es diese Supernova noch nicht. Das ist also aus der Zeit vor der Supernova-Explosion. Und dann hat das Teleskop in Paloma nochmal die gleiche Galaxie aufgenommen. Das ist ein bisschen anderes von der Technik her. Beim Teleskop, deswegen sieht die Galaxie, ist aber die gleiche Galaxie ein bisschen anders aus. Aber hier ist auf einmal ein ganz heller Lichtpunkt. Das ist ein kollabierter Stern, der wurde zu einem Neutronenstern, also es fängt an mit so einem roten Riesen, der kollabiert dann im Inneren zu einem Neutronenstern oder zu einem schwarzen Loch. Und dabei wird für einige Zeit extrem viel Energie frei. So eine Supernova vom Typ 1a beispielsweise, die leuchtet vielleicht für ein Jahr so hell wie die ganze Galaxie. So, und wenn es ein bestimmter Typ von Supernova ist, und das kann ich ermessen, was für ein Typ es ist an der Spektralzerlegung, also was sehe ich da für chemische Elemente in diesem Licht, das kann ich analysieren, und auch in der Leuchtkurve. Also die Leuchtkurve steigt an und fällt wieder ab. Und daran kann ich erkennen, was es für ein Typ Supernova ist. Und ein bestimmter Typus von Supernovae, so glaubt man, die sind immer gleich hell, weil sie auf dieselbe Art und Weise entstehen. Die sind also nicht davon abhängig, was ich vorher für einen Stern hatte, sondern es ist vollkommen egal. Es gibt immer den gleich hellen Lichtblitz. So, wenn ich die Helligkeit weiß, dann kann ich ja aus der subjektiven Helligkeit, also wie hell er uns erscheint, ermessen, wie weit diese Supernova entfernt ist. Das nennt man Standardkerze. Standardkerze heißt, Kerze, Lichtquelle, es ist immer gleich hell. Wir wissen also, wie hell es ist, einfach weil wir erkennen, das ist eine Supernova Typ 1a, da wissen wir, das ist die Helligkeit. Dann können wir messen, wie hell ist es denn von uns ausgesehen. Und die Helligkeit nimmt ja mit wachsender Distanz ab, 1 durch R² Abhängigkeit. Und dann kann ich aus der Standardkerzenhelligkeit, die ich als bekannt voraussetze, also das hat diese Helligkeit am Quellort, und der gemessenen Helligkeit kann ich eben direkt über die 1 durch R² Abhängigkeit R, also die Distanz, ausrechnen. So kann ich die Distanz dieser Galaxie feststellen. Voraussetzung ist, dass die Supernova tatsächlich zu dieser Galaxie gehört, aber auch das lässt sich dann noch rausfinden. Also diese Supernova gehört mit zum Verband, obwohl sie ein bisschen weit draußen ist in dem Fall, mit zu dem Verband von dieser Galaxie. Gut, so kann ich also die Distanz der Galaxie rausfinden und ich kann unabhängig davon den Z-Wert all diese anderen, der ganzen Sterne feststellen. Und wenn ich mir mehrere Dinge angucke, dann kann ich feststellen, wie stark expandierte denn damals das Universum. Im Vergleich zu heute, das wären dann Galaxien, die näher dran sind, oder im Vergleich zu noch tieferen Zeiten in der Vergangenheit für Galaxien, die weiter weg sind. Und das haben hier diese Leute gemacht, die haben Forscher gemacht. Zwei unabhängige Forschergruppen sind zu dem Ergebnis gekommen. Hier sind sogar drei Forschungsprojekte, die hier aufgezeichnet sind. Hi-Set Supernova Search und Supernova Cosmology Project und sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Hier ist also aufgetragen die Observed Magnitude. Magnitude ist ein Maß, ein logarithmisches Maß für die Helligkeit, also wie hell ist diese Galaxie. Und je dunkler sie ist, umso weiter ist sie weg. Es ist also eine Abstandsmessung, diese Vertikale hier. Und hier habe ich die Rotverschiebung. Und das ist ein Maß für die Expansion des Universums zu diesem Zeitpunkt, als die Supernova entstand. Okay. Und damit kann ich also messen, ja, das ist schon trickreich, aber so haben die gemessen, wie sich die Expansionsgeschwindigkeit des Universums bis heute, seit es eben Galaxien und Supernovae gibt, also soweit man gucken kann, bis heute verändert hat. Und man kann sagen, das muss eine Gerade sein. Und zwar, wenn die Gerade sehr steil verläuft, dann ist das hier der blaue Verlauf. Dann kann man sagen, dass die Expansion beschleunigt. Dann haben wir ein Accelerating Universe, also eine beschleunigte Expansion. Und der rote Bereich wäre das, was man also erwarten würde, Decelerating Universe. Und hier steht auch die Kurve Without Vacuum Energy. Also Vakuum Energie ist eben genau diese kosmologische Konstante oder hat damit zu tun von Albert Einstein, die er einführen musste. Also Albert Einstein musste ja schon eine kosmologische Konstante einführen, weil ihm sonst sein Universum durch die Gravitation kollabiert wäre. Also Einstein hatte noch geglaubt, da wusste man das noch nicht mit der Galaxienflucht so richtig, dass das Universum ein Steady State ist, also konstant. Und jetzt hat er aber das Problem, dass sich die Massen alle anziehen. Das heißt, wenn es aus der unendlichen Zeit der Vergangenheit kommt, dann hätte es längst kollabieren müssen, weil sich die Massen gegenseitig anziehen. Und gegen diese Massenanziehung musste er irgendwas in seine Gleichung einbauen, was eine abstoßende Wechselwirkung hervorruft zwischen den Massen. Und das war die kosmologische Konstante, sodass er die gegenseitige Massenanziehung mit so einer Massenabstoßung kompensiert hat. Also diese mysteriöse kosmologische Konstante. Die war dann aber überflüssig geworden, weil man die Galaxienflucht entdeckt hatte und dann klar war, dass das Universum sowieso nicht Steady State ist, sondern es war explodiert. Aber aufgrund der gleichen Gravitationsanziehung von Einstein war man immerhin der Meinung, dass natürlich die Expansion abbremsen müsste, also dieser rote Bereich hier. Und das sind jetzt die Messungen. Wir sehen ja die gelben und diese orangenen Punkte, das sind die beiden Projekte. Und all diese Messwerte hier, das sind einzelne Galaxien mit Supernova, wo man das gemessen hat. Das ist der Z-Wert hier, also der nähere Bereich. Das ist jetzt nicht Z40 oder sowas, sondern bis Z gleich 1 geht das. Das ist jetzt nicht so weit in die Vergangenheit geschaut, sondern sozusagen die letzten paar Milliarden Jahre. Und da sehen wir, dass die Messpunkte alle, bis auf wenige Ausnahmen, im blauen Bereich liegen. Das heißt, die Expansion beschleunigt. Und dazu brauchen wir diese ominöse Vakuumenergie. Und was das ist, will ich noch näher erläutern. Aber das ist die kosmologische Konstante von Einstein oder eben etwas Mysteriöses wie eine Antigravitationswirkung, die wir nicht zuordnen können. Und wir nennen das als Physiker heute die dunkle Energie. Eine Energieform, die vielleicht direkt angebunden ist an die Struktur der Raumzeit. Also keine unbekannten Elementarteilchen oder sowas, sondern irgendwas mit den Eigenschaften der Raumzeit selber zu tun hat und zu einer abstoßenden Wechselwirkung führt zwischen den Massen auf sehr langen Distanzen allerdings. Also diese Messpunkte hier sieht man vielleicht eher im blauen Bereich. Nicht hier, weil in dem Insert hier geht es bis 0,01, 0,02, 0,04. Das sind also sehr kleine Z-Werte. Da ist es linear, aber auf größeren Distanzen sehen wir tatsächlich, dass die Expansion des Universums beschleunigt. Das Ganze stellt man sich dann so vor. Hier sieht man also, wo ich diese Bilder her habe. Die stammen eigentlich alle aus einer Übersichtspublikation. Sehr schön übrigens auch dargestellt. Wir sehen hier, was jetzt dabei rausgekommen ist. Also was man annimmt ist, dass mit dem Urknall, je nachdem was für ein Modell man annimmt, und das musste jetzt eben korrigiert werden, je nachdem welches Modell man annimmt, ist der Urknall 10 oder 15 oder sogar 20 Milliarden Jahre her. Denn wenn die Expansion stark abgebremst wurde, dann ist natürlich der Ursprung, dann ist die Rückrechnung eine andere. Und wir können jetzt hier anhand dieser Messwerte, dieser kosmologischen Supernova-Projekte, können wir sagen, dass vermutlich hier diese rote Kurve hier, die endet auch hoffentlich dann ungefähr bei 13,6 Milliarden Jahren, dass die am besten passt. Wir haben also kurz nach dem Urknall ein Abbremsen der Expansionsbeschleunigung und jetzt aber, Abbremsen heißt, dass die Kurve rechts rumgeknickt ist. Es bremst also ab aufgrund der Gravitationswirkung. Dann ist das Universum aber immer weiter expandiert und die Galaxien haben sich immer mehr voneinander entfernt. Oder die Galaxienhaufen. Mit wachsender Distanz wird dann diese Massenanziehung der Galaxienhaufen untereinander geringer, immer geringer und geringer. Und dann scheint es noch so etwas zu geben, wie eine grundsätzliche abstoßende Wechselwirkung, die bei sehr geringen Massendichten oder einer großen schon stattgefundenen Expansion überwiegt. Also sie war vorher schon da, nur war sie viel schwächer als die Massenanziehung der dichter gepackten Galaxien. Da hat, als alles dichter gepackt war, das Universum also gebremst. Und dann ist die Massenanziehung so schwach geworden, wegen der großen Distanzen, Expansion des Universums, dass diese Massenabstoßung durch die dunkle Energie, Eigenschaft des Vakuums, überwiegt und dann beschleunigt ist. Das heißt, wir landen hier womöglich auf der dunkelgrünen Kurve mit einer leichten Beschleunigung sogar und einer ewigen Eternal Expansion. So sieht es, jedenfalls nach diesen Analysen der Supernova-Galaxienprojekte, zwei Projekte, so sieht es aus. Es gibt also eine dunkle Energie, die die Expansion beschleunigt, nachdem die Massendichte so weit abgeklungen ist, dass die gegenseitige Massenanziehung keine Rolle mehr spielt. Und das deutet darauf hin, dass die Substanz der Raumzeit noch irgendwas enthält, eine Energieform, die wir überhaupt nicht kennen. Und sie macht sogar mehr als 70% der Masse der Substanz des Universums aus. Hier haben wir nochmal diese Kuchendiagramme und das hat sich eben deutlich verändert im Laufe der Zeit. Wir haben hier links oben den heutigen Zustand, Today, da haben wir Atome, das sind 4,6%, also das variierte man so ein bisschen mit den neuesten Erkenntnissen, aber typischerweise sind es ungefähr 5%. Dann haben wir hier dunkle Materie, 23% und hier dunkle Energie mit 72%. Also der Großteil ist dunkle Energie und dann der weitere sehr große Teil, also fast 5 mal so viel wie die sichtbare Materie, da haben wir dunkle Materie. Was hier noch fehlt, da fehlen noch 5%, das sind nur Atome, da gibt es noch Neutrinos und sowas alles, damit es dann insgesamt 100% werden. Und hier haben wir es zu Beginn, also 13,7 Billionen, Milliarden Jahre vor heute, da spielten dunkle Energie keine Rolle, weil das eben eine Eigenschaft ist, wo man offenbar, das merkt man erst, wenn man sehr viel Raum hat, so ist die Interpretation. In diesem dicht gepackten Universum, da war der Hauptteil dunkler Materie, 63%, also das Grüne, und dann gab es eben 12% Atome, 15% Photonen und dann eben 10% diese Neutrinos. Also so hat sich nach der gängigen Kosmologie die Zusammensetzung des Universums verändert. Und mit wachsender Expansion ist diese vermutete Eigenschaft der Raumzeit selber, also der leere Raum, die dunkle Energie, ist hinzugekommen. Wir haben es also bei der Urknalltheorie mit einer Theorie zu tun, dass das Objekt, mit der sie sich befasst, nur in geringfügigen Komponenten, nämlich 5% sichtbarer Materie, erklären kann. 95% kann die Urknalltheorie nicht erklären. Das wären also die dunkle Materie mit 23% und die dunkle Energie mit 72%. Ja, gibt es dann Ansätze, dass dunkle Materie vielleicht unbekannte Elementarteichen sind und dass die dunkle Energie was mit der Raumzeitstruktur selber zu tun hat. Und ein Ansatz, den wir tatsächlich auch selber im Labor untersuchen können, das ist der Casimir-Effekt. Und wie der Casimir-Effekt geht, der hat was mit so einer abstoßenden Wechselwirkung, mit einem Druck des leeren Vakuums zu tun. Wie das funktioniert, das will ich das nächste Mal näher erklären. Also da ein Versuch, die dunkle Energie vielleicht sogar bei uns hier auf der Erde im Labor zu untersuchen. Und darüber hinaus gibt es neben der dunklen Energie und der dunklen Materie noch weitere offene Fragen. Und auch darüber will ich nächstes Mal dann mehr berichten. Das ist diese Inflationsphase, die wir annehmen müssen. Kurz nach dem Urknall muss das geschehen sein. Da ist das Universum mit Überlichtgeschwindigkeit expandiert. Und nur die Annahme, dass es eine solche Phase gegeben hat, der Expansion, löst das Horizontproblem und das sogenannte Flachheitsproblem. Und dann gibt es noch weitere Probleme, noch mehr als hier überhaupt aufgelistet sind. Aber ein prominentes Problem ist die fehlende Antimaterie. Es muss eigentlich genauso viel Materie wie Antimaterie im Universum geben. Ja, und dann gibt es noch das eine ganz große Problem, nämlich wie kam es denn überhaupt zum Urknall. Aber darüber das nächste Mal mehr. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.